So, hallo Freunde, der NMW über 18 wieder hier und wir hängen immer noch in diesem ätzenden Level und das habe ich direkt schon vergessen. Ja, genau. Das fängt direkt schon gut an. Ach, ich liebe dieses Spiel. Ich, äh, ach, das ist einfach, einfach herrlich, Freunde, einfach nur herrlich. Ohne große Worte, machen wir jetzt hier auch einfach weiter, weil, ähm, so langsam auch ein Punkt erreicht ist, wo man es einfach light ist, immer wieder und wieder und wieder, wie es war kack, der Level zu machen. Aber nun gut, ich möchte mich natürlich nicht aufregen. So, jetzt wieder abpassen. Und warte hoch. Das ist alles mittlerweile keine allzu große Herausforderung. Der, äh, geht wieder rüber. Nein. Jetzt, äh, hier, ach ja, ist er jetzt auch so. Betrieb, genau. So, jetzt wieder rüber. Äh, falsch. Oh Gott. Äh, 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 ich muss mit Erik doch hier rüber. So. Jetzt können wir mit ihm nämlich hier rüber und hepp und runter. Warten, warten, warten. Und er musste nochmal. Dieses Drecksack. Dieses Drecksack, ja, mein Deutsch ist heute auch ganz besonders hervorragend. Und runter, 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 runter. Jawohl. Und durch. Na, klar. Es war wieder so klar. Ach, das sieht doch schon wieder total scheiße aus. Irgendwann ist man, ist auch light und dann möchte man einfach nur noch dieses Level hinter sich bringen. Hep. Hep. Und hier runter. So, und dann kannst du auch hier runter. Ja, nein. Mann, was so. Irgendwann hat man auch dann einfach keinen Nerv mehr für das Level. Dann ist man einfach nur noch genervt. Genau, man ist genervt. Ach, komm her, du Blödmann. Ich werde sowieso, das ist, Olaf, das können wir vergessen. Ich werde es never da unten schaffen. Nee, komm. Ja, das bringt nichts. Da habe ich doch schon wieder keine Lust drauf. Mit der Lebensanzeige und dann da unten mit diesem wunderschönen, herzallerliebsten, feuerspuckenden, was auch immer das an der Wand ist. Aber, nun gut. Ja, Freunde, was gibt es sonst zu erzählen? Ein neues Let's Play wird bald starten. Welches weiß ich noch nicht. Ich habe nach einer Woche Urlaub. Und, ja, ansonsten, meine Eltern sind jetzt Urlaub, die Glücklichen. Weil ich tatsächlich irgendwann mal wieder in Urlaub fahre, ist fraglich, aber nun gut. Einmal hier hin, einmal hier runter. Ja, ansonsten, die Modelleisenbahn, da geht es auch einigermaßen voran. Es könnte mehr sein, aber nun gut. Arbeiten, okay. Kann man jetzt nicht als... Nein, 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 nein. Scheiße, ich habe es offenbar nicht. Mann, oh. Oh. Nein. Ach, jetzt geht das wieder los. Mann, ey. So. Das war knapp. So, ausmachen. Hier hoch. Dann hier runter. Ach nee. Was ist denn das für ein Scheiß? Was ist denn das? Okay. Wir fragen nicht. Wir machen einfach. Ach nee, warte. Dann er. Nein, er nicht. Ach. Entweder war ich zu heute, beziehungsweise eben zu lang in der Sonne, oder ich weiß es nicht. Dann ihn hier rüber, ihn da hin. Na, ich gehe schon da runter. So. Und runter. Hier werde ich wahrscheinlich jetzt auch wieder 5000 Mal getroffen. Ach, der Roboter ist nämlich noch nicht da. Ganz toll. Das heißt, er kommt mir jetzt direkt entgegen. Das heißt, er wird mich auf jeden Fall treffen. Oh nee, doch nicht. Das ist ja cool. Das ist ja jetzt echt cool. Endlich mal was, was irgendwie doch tatsächlich positiver laufen ist. So, ah, stopp. Warten, 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 warten. Na, nochmal warten. Und durch. Olaf direkt hier hoch. Also, die letzte Welt hatte ich echt nicht so schwer in Erinnerung. Was heißt schwer? Schwer ist sie nicht. Sie ist einfach nur nervend. Wenn man an einer Stelle, wo es offensichtlich ist, einfach nicht weiterkommen kann. So, du kannst jetzt hier runter. Zack. Du hältst ihm jetzt das auf. Genau, damit er hier hoch kann. Und das aktivieren kann. So, das Ganze sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Warte, das gebe ich dir mal. Ich glaube, Olaf braucht es nachher dringender. Als, ähm, er hier. Nein, ich habe gerade nicht hingeguckt. Nerv. Und er macht es nicht sofort hintereinander. Nein, wir müssen jetzt wieder warten. So, danke. Achso, Moment. Ich muss sie jetzt wieder aufhalten. Haha. So. Damit du hier hochkommst. Zack. Nein. Nur, beweg dich doch. Mann. Er klemmt dann an einer Stelle fest. So. Können wir hier runter. Ach, da ist die Bichli. Hallo, Bichli. Bäh. Das war auch der Totenkopf lustig. Ah, ne, warte. Ich muss mich hier teleportieren. Das ging jetzt auch relativ einfach. Das war auch relativ einfach. Wow, wow. Ich bin begeistert. Ich weiß jetzt nicht. Wow. Vielleicht könnten wir jetzt das Level tatsächlich das erste Mal schaffen. What's? So, und, äh, ne? Dann, dann, dann. What's? Nein. Aber jetzt. Ähm. Ach, ne. Ich muss. Wow. Mit Fein hier noch hier hoch. Das und das auch mal. So, dann gebe ich das wieder Olaf. Olaf kann nämlich da besser rüber. Quats. Und quats. Nein, nochmal quatschen. Ne, doch nicht. Hier hoch. Zack. Und. Boom. So, jetzt muss ich mit ihm hier nur wieder heil rauskommen. Ist ja nicht so, dass ich hier in diesem Level nicht schon am Ende gewesen bin. Was war hier eigentlich? Ach, ne. Da muss ich hier sogar hin. Was war hier? Öh, eine Demisfrage. Nein. Wenn du auch nur einen Millimeter, nicht da. So. Olaf, einmal das. Hallo, Olaf. Zack. Und er kann direkt hier runter. Lololololololololololol. So, jetzt mit ihm hier. Nein. Hier hoch. Zack. Nein. Kuckuck. So, mit ihm dann hier rüber. Hep. Und weg. So. Das war ungefähr schon 80% des Levels. Und jetzt kommen die paar Prozent, die hier mir jedes Mal das Genug brechen. Ne, 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 ne. Ach ja, das war das. Hallo, ey. Ja, jawoll. So, warten, warten, warten. Und ich... Das ist auch relativ einfach. Moment, war da jetzt noch irgendwas? Nein. Och, Gott sei Dank. Das war knapp. So, hier muss ich warten. Na, komm schon. So, da will ich hin. So. Jetzt kommt Erich. Das ist auch noch relativ einfach. Und durch. Und der Zweite ist drüben. So, jetzt kommt das Gemeinste, wie ich finde. Denn sobald Olaf schwebt, hat er nämlich sein Schild oben. Das heißt, wir müssen hier gucken, dass wir hier so geil wie möglich durchkommen. Oh ja, 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 oh ho ho, kein einziges Mal, wie geil. Guck mal, jetzt wie gemein, jetzt kommen die ganzen Feuerdinger gerade hier hin. So, komm Olaf, bitte. Danke. So. Wen habe ich den, wen lasse ich denn jetzt da unten? Komm, du gehst mal da hin. Kann der? Nein. Er kann das Schwert nicht aktivieren. Nur das. Okay, warte Olaf, dann gib mir mal direkt wieder den Bürger zurück. Äh, nein. Na. Ach, komm, hallo, Mann. Ey. So, Herrschaftszeiten. Dieser dämliche Roboter da unten. Komm hoch, 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 hoch. Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf. Das sieht nämlich echt aus wie die, ne, wie heißt sie? Nein, das strahlt. Oh ho 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 ho. So. Alle oben. Jetzt geht er hier auf die Seite. Und mit ihm. Nein, nein. Zack. Ja, genau. So, jetzt muss man das nur noch abwarten. Ho ho. Elegant drum rum gekommen. Wir haben es geschafft. Ah, wie geil. Wir haben es geschafft. Hallo, ich bin da. Ja, ja. Ja, wie geil. Wir haben es geschafft, Freunde. Wieder ein Level näher dem Ziel. Oh, wie schön. Hallo. Spiel. Spiel mit mir. Arrgh. Ach, Fank. Ach, Fank. Äh. Keiner sagt was? Was ist denn jetzt los? Hier kann ich hoch. Da kann ich nur hoch. Okay. Wieso ist da oben? Das ist ja wohl mal... Ich wusste es. Was? Das ist ja wohl ein Scherz. Wo komme ich hier hin? Aha. Okay. Nein. Ah, das ist noch was zum Teleporter-Tieren. Wo komme ich hier hin? Da komme ich hier hin. What ever. Ho ho ho. Wie soll denn das funktionieren? Ah, warte mal. Ich glaube, das Ding da war länger auf. Kann das sein? Und ich glaube, ich habe es schon verkackt. Naja, das ist... Hä? Moment nochmal. Was ist denn das für ein Level? Ich glaube, die blaue Tür rechts, die blieb einen Moment länger auf. Ja, ja, komm. Ja, nochmal. Hm. Irgendwie... Oh. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass das Laden immer länger dauert. Und je weiter wir zum Ziel kommen, desto länger dauert es. So, nochmal das Ganze. Wobei... Ihn brauche ich. Das heißt... Das heißt... Jawohl. Wusste ich's doch. Scheiße. Scheiße. Nein, das ist gemein. Nein. Das ist so gemein. Ach, Mann. Nerv, warte, ja. Also, wenn... Warum kommt hier nichts automatisch? Warum muss man alles hier anfordern? Hm. Gerade bin ich sauer. Meine Herren, ey. Ich glaube, das höchste Spiel, was es im Moment auf dem Markt gibt, hat nicht so lange Ladezeiten wie das hier. Oh. So. Rülps. So. Jetzt kann ich mit ihm hier... Hier runter. Das war ein tiefer Fall. Ihm hier das aufmachen. Ah, und er hat macht das da unten. Aber... Okay. Aber wie komme ich da jetzt hin? Ach, das ist auch wieder mit Zeit. Das ist ja kacke. Nein, dann stelle ich mich mal... Hey, Moment mal. Bin ich jetzt bescheuert, oder was? Ach. Na ja. Ja, ja. Was? Wie soll ich denn das bitte schaffen? Ist hier oben irgendwas zum Festhalten? Wie soll ich denn da bitte hinkommen? Das will nicht in mein kleines, süßes Hirn. Wo komme ich da hin? Da komme ich wieder da oben hin? Okay, dann... Blub, 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 blub. Müssen wir mit ihm hier hin? So. Aber... Wie soll ich denn da hin? Das kippt in mein kleines Köpfchen rein. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Sind die bescheuert? Das ist auch so geil, weißt du? Das ist so ein Wikinger. Der macht alles platt mit seinem riesen Mammutschwert und kann nicht diese zwei Zentimeter hochspringen. Das geht nicht. Ah. Ja, das... Das bringt doch alles nichts. Und da unten ist das Ende. So schnell ist doch... So schnell bin ich nicht. Da, das geht nicht. Tja, Freunde. Also wir sehen... Und das Ding hier kann ich nicht kaputt machen, weil Fank kann nicht nach oben schießen. Nein, das geht nicht. Und so können wir auch nicht. Da schießen wir gegen die Mauer oder Stein, was auch immer. Tja, also... Irgendwie bin ich hier wieder in einer Sackgasse. Wo ich nicht wirklich weiß... Scheiße. So. Und jetzt... Jetzt habe ich mich eingesperrt. La, la, la. Aber hier oben gibt es auch keine lockere Wand. Tja, wie kommen wir da unten dran? Vor allen Dingen ist da unten auch so ein Felsvorsprung. Das heißt, da kommt wieder nur Bailiok mit seinem... Mit seiner... Na, wie heißt sie denn? Mit seiner... Ne? Dran. Aber wie soll ich da hochkommen? Klar. Da oben gibt es nichts zum Festhalten. Da komme ich noch drunter her. Da gibt es nichts. Hier kann ich mich an nirgendwo was hochziehen. Oh, ich hasse so Sackgassen. Ich hasse sie. Tja, Freunde. Ich würde sagen, das war es mal wieder für heute. Und ich schaue mal, wie es hier weitergeht. Wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Bis dahin. NRW-Boy18. Adieu.